Hallo liebe Audio-Freunde, hallo liebe Trinof-Fans. Im vorerst letzten Tutorial speziell zum Amethyst und ST2 HiFi geht es heute um das Bassmanagement und die Aktivweichen-Konfiguration bei diesen Geräten. Die unterscheidet sich doch in einigen Belangen von den großen Brüdern Altitude und es lohnt sich einen vertieften Blick drauf zu werfen. Und dabei wünsche ich euch wie immer ganz viel Spaß. Eine Einstellung, die für beide Geschichten, also Bassmanagement und Aktivweiche, wichtig ist, findet man unter Setup Speakers. Denn da definiert man letztendlich, welche Lautsprecher im jeweiligen Setup beteiligt sind. Wir sehen hier bei dieser Einstellung die normale, sage ich jetzt mal, für die Mehrheit der Leute. Wir haben also zwei Lautsprecher und keinen Subwoofer. Das kann man natürlich ändern und das ist durchaus empfehlenswert, indem man zum Beispiel zwei Subwoofer hinzufügt und das Bassmanagement auf On stellt. Und wenn diese Einstellung so gegeben ist, dann habe ich natürlich eine Restriktion. Dann kann ich nämlich in dem Fall logischerweise keinen Aktiv-Lautsprecher, der zwei Wege besitzt, betreiben. Da sind Trinoff, Amethyst und ST2 auch intelligent. Das heißt, wenn ich mit dieser Einstellung jetzt in die Active X-Overs gehe und einen Weg für den linken Lautsprecher hinzufügen möchte, dann funktioniert das nicht und eine entsprechende Warnmeldung erscheint. Und dann hilft es nichts. Dann muss man natürlich zurück ins Speakers-Menü und die Subwoofer-Anzahl reduzieren und dann ist der Weg frei für die Aktivweiche. Aber nicht nur das. Ich könnte nämlich auch in so einem Setup jetzt sagen, ich habe vier Lautsprecher. Also zwei an der Front, zwei als Surround. Auch das Setup wäre mit einem Amethyst oder ST2 zu realisieren und entsprechend einzumessen. Da gehe ich dann einfach bei Lautspeaker Number auf 4 und wenn ich jetzt ins Active X-Overs Menü gehe, sehe ich, okay, jetzt habe ich links, rechts und dann einen dritten und einen vierten Lautsprecher. Der dritte kann natürlich auch zum Beispiel ein Center sein und ein vierter gar nicht existieren. Oder es gibt die Möglichkeit auch links, rechts, Center und einen Sub mit diesen Geräten zu betreiben. Also da sind die Einstellungen relativ vielfältig. Man ist halt immer nur beschränkt auf insgesamt vier Ausgangskanäle. So, nach diesem Exkurs geht es nun aber endgültig zur aktiven Weiche. Ich habe hier zwei Lautsprecher im Speaker-Setup eingestellt und wenn ich jetzt bei Lautspeaker Left einen Weg hinzufüge, dann klappt das auch ohne weiteres. Ups, das war einer zu viel. Zwei Wege und beim rechten Lautsprecher das Gleiche. Damit habe ich jetzt die vier Kanäle sozusagen vergeben. Dann muss ich natürlich die Trennfrequenzen definieren. Ich mache mir hier beispielhaft bei 1000 Hertz jetzt eine Trennung rein und dann wähle ich über diese Dropdown-Menüs die Filter aus, die ich anwenden möchte. In dem Fall zum Beispiel jetzt Linkwitz Riley 4. Das ist so ein gängiger Trennfilter mit 24 dB Steilheit. Den muss ich natürlich auf beiden Lautsprechern oder Treibern sozusagen realisieren. Das einmal ist der Low-Pass und das andere der High-Pass. Dazu gibt es bereits ausführliche Videos sowohl zu den Filtercharakteristiken als auch zur Feinkonfiguration der Weiche. Darauf verweise ich hier mal. Man muss ja nicht alles doppelt haben, aber man sieht, das funktioniert wirklich identisch beim Amethyst und ST2 bis auf die Begrenzung auf die zwei Wege natürlich. Das ist klar. Gut, wenn das Ganze konfiguriert ist, dann könnte man denken, okay, gehe ich auf Calibrate Speaker und lasse den Trennhof mal diese Weiche halbautomatisch, wie man sagt, einmessen. Aber das ist es leider noch nicht ganz. Ich muss nämlich vorher was überprüfen, nämlich das Speaker Routing. Das Speaker Routing finde ich im Setup-Menü unten links, der zweitletzte Reiter. Und hier sehe ich, welcher Ausgangskanal beim Trennhof, das sind ja die klassischerweise 4XLR-Ausgänge, in welche Endstufe und damit in welches Chassis führen. Und das sollte man natürlich peinlich genau überprüfen, denn es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man dann ein lautes Einmesssignal, das für den Bass gedacht ist, auf den Hochtöner schießt, den es dann wiederum im ungünstigsten Fall auch schießt. Also, wichtig ist, das zu überprüfen. Dieses Routing, das wir hier gerade sehen, ist nicht, dass das standardmäßig zum Beispiel bei der automatischen Weicheneinmessung vorgegeben ist. Das findet man auch ausführlich in der Bedienungsanleitung. Ich zeige das mal kurz. Und da sieht man, dass jetzt aus dem Ausgang Balanced 1 der rechte Tieftöner und der linke Tieftöner angesteuert werden. Und aus Balanced 2 gehen die Signale zu den beiden Hochtönern. Und wenn man dieses Schema nun in die Trin-Off-Einstellung übersetzt, dann schaut das Routing folgendermaßen aus. Also, das ist einfach wichtig, dass man genau die Kabel überprüft und dann am besten noch bei einer leisen Lautstärke über den Prozessor oder über die Channel-Einstellung ein Signal auf die Lautsprecher gibt und dann hört, ob aus dem richtigen Weg das richtige Signal rauskommt. Und wenn das der Fall ist, kann man getrost auf Calibrate Speaker gehen und die Weiche einmessen lassen. Alles Weitere dann, wie gesagt, in den existierenden Tutorials zur Aktiv-Weichen-Konfiguration. Im zweiten Teil dieses Beitrags schauen wir uns jetzt das Subwoofer-Management an bei Amethyst und ST2. Und ich denke, es versteht sich von selbst, auch dabei sollte natürlich das Speaker-Routing nochmal überprüft werden. Das heißt, dass die beiden Subwoofer an den richtigen Kabeln und damit an den richtigen Ausgängen hängen. Jetzt schalten wir mal die Subwoofer-Anzahl auf einen hoch, machen das Bass-Management ON. Dann ist natürlich vorausgewählt MONO. Und jetzt gehe ich noch kurz ein auf den Schalter SEND LFE TO LEFT AND RIGHT. Diese Einstellung bezieht sich jetzt immer auf das Routing der Low-Frequency Extension, also dem Signal, das auf einer Blu-Ray zum Beispiel nur für den Subwoofer gedacht ist. Und dieses LFE-Signal kann theoretisch bis 120 Hertz hochgehen. Ob es es in der Praxis tut, ist eine komplett andere Geschichte, aber theoretisch ist das der Maximalwert, wo man laut Spezifikation auf den Subwoofer abmischen kann. Das heißt, wenn dieser Schalter gedrückt ist, setzt das Ganze voraus, dass ich in der Quelleneinstellung einen LFE-Kanal vergebe. Sprich, dass von irgendeinem Player ein dezidierter LFE-Kanal in den Trinov reingeht, zum Beispiel in den digitalen oder auch analogen Eingang. Im Prinzip ist es dann eine 2.1-Verkabelung, wenn man so möchte. Und wenn ich die Einstellung LFE TO LEFT AND RIGHT aktiv habe, dann heißt es, dass dieser Kanal auf den rechten und linken Lautsprecher geroutet wird und eben nicht direkt auf einen Subwoofer. Die gängigste Anwendung für diese Einstellung ist eigentlich, dass ich keinen Subwoofer habe, aber eine Quelle, von der ein dezidiertes LFE-Signal ausgeht. Das heißt, es wird mir dann nicht unterschlagen, sondern es wird im Prinzip umgelegt auf die Hauptlautsprecher und die geben dann sämtliche Bassimpulse von 120 bis, keine Ahnung, 10 Hertz wieder, wenn sie das denn können. Eine zweite, mehr theoretische Anwendung wäre. Ich besitze irgendeinen besonderen Subwoofer-Kandidaten, der einen fest integrierten Low-Pass-Filter bei 50 Hertz drin hat, also sprich, der die Frequenzen von 50 bis 100 Hertz zum Beispiel nicht mit voller Lautstärke wiedergibt. Dann würde ja ein bestimmtes Signal, das auf den LFE gemischt ist, bis zur Frequenz von 120 Hertz, nicht mit vollem Schalldruck über diese ganze Bandbreite wiedergegeben werden. Und dann würde ich das Signal auf Left and Right routen, um dann irgendwann bei 40 Hertz an den Subwoofer über das Bassmanagement abzugeben. Ich gebe es zu, das ist jetzt ein wenig konstruiert, aber irgendwo gehört es dazu. Wie auch immer, wenn man mit einem LFE-Signal arbeitet, dann sollte ganz unten der Schalter plus 10 dB auf den LFE-Input immer angewählt sein. Das entspricht schlicht und ergreifend der gängigen Konvention dazu. Jetzt schauen wir uns kurz noch an, was passiert, wenn ich die Konfiguration auf zwei Subwoofer erhöhe. Das mache ich hier mal. Und jetzt habe ich eine zusätzliche Schaltfläche zur Verfügung, nämlich Stereo. Also der linke Subwoofer, wenn er denn da steht, erhält den Bassanteil des linken Kanals und der rechte Subwoofer den Bassanteil des rechten Kanals. In der Regel sind die Tiefbass-Signale ohnehin oder bei vielen Quellen Mono abgemischt. Das heißt, der Unterschied ist dann gar nicht so groß, aber wenn man ein Subwoofer-Setup fährt mit zwei Stück, dann sollte man hier auf jeden Fall Stereo auswählen. Und auch in dieser Konfiguration könnte ich natürlich sagen, sende mir den Mono-LFE auf den rechten und linken Lautsprecher und die übergeben dann bei, jetzt hier eingestellt, 80 Hertz auf den oder die Subwoofer in dem Fall. Und genau diese Trennfrequenz kann ich in dem unteren Menü jetzt beliebig einstellen. In 10er-Schritten und in 1er-Schritten geht es hier mal auf 55 Hertz. Das heißt, ich übergebe jetzt relativ tief an den Subwoofer. Was ein bisschen blöd ist bei ST2 und Amethyst ist, dass eine Einstellung bezüglich der Steilheiten und der Filter nicht direkt hier stattfindet, sondern in den Advanced-Settings. Da wechseln wir jetzt mal kurz hin und ungefähr in der Mitte befindet sich dieses Subwoofer-Einstellungsmenü. Dort kann ich jetzt den Filter auswählen, aber dort stehen nicht die typischen Linkwitz Riley und so weiter zur Verfügung, sondern nur ein Butterworth und ein sogenannter Elliptik-Filter. Ich würde euch empfehlen, beim Butterworth zu bleiben und dann könnt ihr bei den Filtern eben wechseln zwischen vierter Ordnung, also 24 dB Steilheit oder Achterordnung, also 48 dB Steilheit. Das sind die Einstellungen, die man dann noch machen kann und sollte, die diese Einstellung hier mit der Crossover-Frequency ergänzen. Wenn man bezüglich der Filter mehr Flexibilität haben möchte und zum Beispiel mit Linkwitz Riley und so weiter arbeiten möchte, dann müsste man einen Trick anwenden und die Subwoofer über die Aktivweichen-Funktion einbinden. Auch für solche Experimente gibt es bei mir ein Experten-Tutorial, wie man das macht und da hat man dann, denke ich, noch deutlich mehr Eingriffs- und Kontrollmöglichkeiten und man sieht dann anhand der Messung über alle Lautsprecher, wie denn die eingestellte Trennfrequenz in der Praxis funktioniert. Insofern, ich empfehle es den Leuten, die mit einem Amethyst oder ST2 und zwei Subwoofern arbeiten, dringend solche Einstellungen mal zu probieren, gegenüber zu stellen, auf unterschiedliche Presets zu legen, zu vergleichen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass das Management über die Aktivweiche klanglich oft dem klassischen Subwoofer-Management, wie man es hier einstellt, überlegen ist. Das war es zum Thema Bassmanagement und Aktivweichen-Konfiguration beim ST2 HiFi und Amethyst. Es lohnt sich, die anderen Tutorials zum Altitude bezüglich Feintuning-Aktivweiche, Filtercharakteristiken, aber auch zum Bassmanagement anzusehen, denn die grundlegenden Erkenntnisse zu diesen beiden Facetten oder Themen sind ja geräteübergreifend die gleichen. In diesem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Mal.